Ich werde häufiger gefragt, hey Julian, warum brauche ich denn bei Shopify ein Design-Theme? Kann ich da ein kostenloses nehmen oder soll ich eins von diesen teuren nehmen? Was nehme ich da am besten und was ist überhaupt ein Design-Theme? Das möchte ich dir in diesem Video kurz beantworten. Ganz wichtig, bevor es losgeht, du findest unten in der Videobeschreibung den Link zu Shopify. Das ist ein Partner-Link, das heißt, du kannst das Ganze darüber erstmal kostenlos testen und gleichzeitig hilfst du halt mir und meinem Kanal, dass ich eben noch mehr Videos in der Zukunft machen kann und eure Fragen hier beantworten kann. Wir wollen uns das jetzt einmal anschauen hier am PC, was denn Design-Themes sind. Design-Themes lassen sich am besten übersetzen als Design-Vorlagen, weil Shopify liefert quasi das Grundgerüst für den Shop, aber ihr müsst quasi on top ein Design-Theme, also eine Design-Vorlage draufklatschen. Das ist eben das, was eure Kunden, wenn die auf eure Domain klicken oder auf euren Link, dann auf die Seite bzw. auf den Shop kommen sehen. Und da gibt es halt unterschiedliche Design-Vorlagen für. Man nennt das auch professionell Backend und Frontend. Backend ist das Dashboard, wo ihr die Produkte anlegt und wo man so sieht, dass man auf Shopify ist. Und das Frontend ist eben das, was die Kunden sehen sozusagen, das Ladenlokal oder das Schaufenster, wo eben Leute ankommen. Ja, und da gibt es eben hier sehr viele verschiedene. Es gibt kostenlos allerdings nur 13 und kostenpflichtig sind hier 183. Das sind eben offizielle hier auf Shopify selbst und die kann man nach Branche sich hier anschauen beziehungsweise Katalogumfang oder Funktionen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Übersetzungen haben wollt, ein Countdown-Timer, Breadcrumbs, das ist so zur Navigation oben oder eine Schnellansicht, ein Bestandszähler, ein Standortfinder, das könnt ihr eben hier als Voraussetzung dann anklicken. Zum Beispiel Countdown-Timers sind immer sehr beliebt für Promotions oder Übersetzungen, wenn ihr jetzt in Österreich und in Frankreich verkaufen wollt. Noch zusätzlich ist das vielleicht nicht schlecht, dann eben hier Vorlagen direkt zu wählen, die eben in anderen Sprachen verfügbar sind. Der Unterschied, also man neigt natürlich dazu erstmal ein Low Budget zu fahren und eben wenig Geld auszugeben, aber das ist nicht immer unbedingt richtig, weil die kosten hier so ja 180, 280, 360 Dollar und ihr wollt ja wirklich damit Geld verdienen. Also es empfiehlt sich auch Geld dafür auszugeben, weil wenn ihr jetzt später ein Theme-Update machen müsst, kann das ja ein bisschen umständlich sein und natürlich ist es so, dass so eine kostenpflichtige Variante euch auch mehr bietet. Also wir können uns das hier mal anschauen, das ist jetzt das Kostenlose und dann sieht man hier in diesen Funktionen ist es schon ein bisschen mau, also hier ist noch mehr Platz, da passt noch mehr hin und wenn wir uns das kostenpflichtige anschauen, haben wir hier eben mehr Funktionen. Zum Beispiel für Marketing und Conversion, wir haben diesen Countdown-Timer, wir haben einen Promobanner, wir haben einen Standortfinder, Promokacheln, was auch immer das ist, Trust Badges, das ist zum Beispiel im Checkout, dass man eben sagt, hier 30 Tage Geld zurück Garantie oder Delivered by DHL oder so, aber hier auch Promo-Pop-Ups, ihr könnt das übersetzen. Und wenn wir das jetzt in diesem Dawn-Theme uns anschauen, haben wir das eben nicht, da fehlt das. Zum Beispiel hier haben wir diese Übersetzungsfunktionen nicht und haben eben für Marketing und Conversion ja nur so einfache Cross-Sellings, das sind die Produkte, die eben unten angezeigt werden. Das gleiche auch bei der Produktsuche, da gibt es natürlich hier dann auch eben mehr Funktionen. Genau, das könnt ihr euch angucken, also das ist jetzt hier zum Beispiel das kostenpflichtige, das könnte man dann auch direkt kaufen und quasi auf euren Shop draufsetzen und hier eben alle Funktionen sehen. Dann verschiedene Shops, die mit Impuls gebaut worden sind, die können wir uns hier angucken, einfach aufrufen und einfach schauen, ob dieser Look and Feel zu uns passt. Das Wichtige ist nämlich, so ein Design-Theme gibt nämlich immer die Schriftart vor, gibt die Farben vor, ihr könnt das natürlich individuell alles anpassen, aber man kauft halt so ein Theme, damit man schon so ein Grundgerüst an Shop hat, damit man sich eher auf die Produkte und auf die Vermarktung konzentrieren kann oder zum Beispiel auf die Texte und jetzt nicht noch diese einzelnen Entscheidungen treffen möchte, welche Font, also welche Schriftart nehme ich, wie groß mache ich das, welche Farbkombi nehme ich. Deswegen gibt es eben diese Vorlagen und die kann man sich hier eben ganz schön angucken und am besten kopiert man dann quasi diesen Shop und nimmt den einfach so, wie er hier ist, ohne größere Anpassung, weil ich kann euch sagen, jeder Online-Shop-Betreiber weiß das, am Ende hat man mehr Probleme, das Ganze zu promoten, als das zu entwerfen. Also den Shop aufzubauen, ist die leichtere Übung. Aber hier könnt ihr euch die Shops mal angucken, also ihr seht, diese Premium-Varianten sind schon sehr, sehr umfangreich und sehen wirklich aus wie Shops, die eine Agentur gebaut hätte, aber in dem Fall könnt ihr das mit Shopify eben selbst machen. Genau, einfach mal hier durchschauen, was es da alles gibt. Ihr könnt euch hier auch diesen klassischen Demo-Shop anschauen und da eben durchklicken. Ich klicke jetzt zum Beispiel mal hier drauf. Genau, und dann sehe ich hier, das ist so eine Kategorie-Seite, da kann ich die Farben auswählen, die Größen und kann mir das hier eben alles anschauen und habe hier eben sehr, sehr professionelle Produktseiten, hier auch mit Empfehlungen. Genau, also das sieht wirklich aus wie bei Zalando selbst, als wäre das hier einfach ein richtig professioneller Online-Shop. Genau, und diese kostenlosen Varianten sind auch cool, eben um zu starten. Da kann man sich das hier oben eben auch anschauen, einfach draufklicken und das sieht an für sich auch erstmal aus wie ein guter Shop. Also hier so ein paar Handtaschen-Kategorien, einzelne Produkte, größere Bilder, Videos passen rein, hier ein Fußteil und so ist auch alles drin. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel draufklicken, sehen wir, dass die Produktseiten so ein bisschen einfacher sind. Also denen fehlen hier zum Beispiel diese Empfehlungen. Klar, hier haben wir diese Cross-Sales, aber die Produktseite hier sieht natürlich wesentlich professioneller aus, weil hier hat man noch Bilder dazwischen und noch so Recommendations. Das kann man natürlich auch alles einzeln bauen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel die Vorlage hier wählt, diese kostenlose, dann kann man sich natürlich hier später auch Bilder reinzimmern oder diese Testimonials, die wir hier haben, hier oben. Aber das kostet natürlich alles Zeit, das individuell zu designen und ich meine, das kostet zwar jetzt 380 Dollar, aber deine Zeit ist natürlich auch wertvoll, deswegen empfiehlt es sich eben auch direkt eine professionelle Vorlage zu wählen. Also diese Abwägung musst du machen. Viele machen, wie gesagt, den Fehler, dass die mit einer kostenlosen Variante anfangen. Ich kann dir das jetzt auch ganz unvoreingenommen sagen. Ich verdiene jetzt nichts daran, ob du jetzt eine kostenlose Variante nimmst oder eine kostenpflichtige. Ich kann nur sagen, weil oft kommen Leute zu mir, die sagen, hey, ich habe hier einen Shop, ich habe hier damals so ein kostenloses Theme genommen und möchte das jetzt auf hier Agile oder Prestige upgraden. Und dann ist es so, das zerschießt natürlich erstmal alles, weil ihr eben auf diesem kostenlosen Dawn-Theme zum Beispiel alles angepasst habt und so. Und dann müsst ihr, wenn ihr das updatet, einfach das Ganze nochmal neu, ja eine QA machen, dass alles passt, dass alle Links passen, die Bilder richtig zugeschnitten sind. Und das kostet halt sehr viel Zeit und deswegen empfehle ich immer, such dir das Theme aus, was zu dir passt, unabhängig davon, ob es irgendwie kostenlos oder kostenpflichtig ist. Ich finde auch sehr doof, dass die das hier als erstes Kriterium anbringen, sondern du solltest hingehen, hey, ich mache hier was im Thema Gesundheit und Schönheit und dann guckst du dir einfach an. Wenn das kostenlos für dich passt, dann nimm es. Wenn du jetzt aber sagst, boah, dieses Responsive Theme hier sieht viel cooler aus, dann solltest du eben das nehmen, weil dann ersparst du dir hinten raus eben die Arbeiten. Eine Sache noch, egal welches Theme du nimmst, die sind alle mobil optimiert. Also Shopify wird hier keine Themes drin haben, die nicht für mobile sind, weil der meiste Traffic auf Online-Shops ist mobil von zum Beispiel Facebook-Werbung oder von Instagram direkt. Da musst du dir keine Sorgen machen, das zeigen sie dir hier auch, dass eben alle Themes auch mobil optimiert sind. Ja, ich hoffe jetzt, du hast eine grobe Vorstellung davon, was Themes sind. Das sind eben Designvorlagen, kostenlos oder kostenpflichtig und such dir einfach das aus, was für dich passt, weil 180 Dollar zum Beispiel ist ja nichts im Verhältnis zu dem, was du später mit dem Shop verdienen möchtest und deswegen ist diese Investition das auch wert, weil glaub mir, so ein Design Theme anzupassen ist Arbeit und ein Pain, den du nicht haben möchtest. Ja, bis zum nächsten Video. Ach, und wenn du dir einen Shop jetzt aufbauen willst, du findest hier auf meinem Kanal oder auf meiner Webseite, hier julianweber.com, findest du zu Shopify sämtliche Tutorials, die kannst du dann einfach direkt durchgehen. Ja, bis zum nächsten Video. Ciao.